Der spirituelle Name Saradevi. Saradevi ist ein spiritueller Name für Aspirantinnen mit Soham-Mantra, mit Om- und Gayatri-Mantra. Und da Sarah manchmal auch als Abkürzung für Sarasvati genommen wird, bedeutet Sarah auch Sarasvati. Sarah heißt die Essentielle, die Beste, die Höchste und die Stärkste. Sarah ist auch eine Bezeichnung für die göttliche Mutter. Sarah wird auch manchmal als Bezeichnung für Durva- und Kuschakras gebraucht, also Bestandteile für Puja und Jagna. Wenn du Saradevi heißt, dann soll es heißen, diejenige, für die die Göttin das Wichtigste ist und diejenige, deren Göttin sie zum Besten und Höchsten führen will und diejenigen, die zur Essenz von allem kommen will, denn Sarah ist auch die Essenz. In diesem Sinne, als Saradevi, gehe zum Besten und zum Höchsten hin, gehe zur Essenz hin und erfahre das Wichtigste im Universum, die göttliche Natur. Saradevi kann in zwei Wörtern geschrieben werden, Sarah und Devi. Saradevi kann auch in einem Wort geschrieben werden, Saradevi.